Hey, ich bin Marco, Senior Product Marketing Manager bei eGym und ich zeige euch heute, wie ihr unsere neueste Software-Innovation eGym Genius dazu nutzen könnt, in kürzester Zeit maximal personalisierte Trainingspläne für wirklich jedes Mitglied zu erstellen. Bei eGym Genius nutzen wir modernste KI-Technologie und setzen auf Milliarden von Trainingsdaten, um deine gesamte Studiofläche miteinander zu vernetzen. Dadurch können deine Trainer mit nur wenigen Klicks den perfekten Trainingsplan für jedes Mitglied erstellen. Das Geniale daran, eGym Genius berücksichtigt das gesamte Studio-Equipment für den Trainingsplan. Das heißt, egal ob das eine Übung aus dem Freihandelbereich, dem Steckgewichtbereich oder dem Kardiobereich ist. Bevor wir mit der Trainingsplan-Erstellung beginnen, führen wir eine Körperanalyse am Fitness-Hub durch. Dabei bestimmen wir die Körpergröße, das Gewicht und die Körperzusammensetzung. Als nächstes bestimmen wir die Muskelkraft des Mitglieds. Dazu nutzen wir die smarten Kraftgeräte von eGym. Wir empfehlen den Krafttest an vier verschiedenen Geräten für unterschiedliche Muskelgruppen durchzuführen. Dadurch kann Genius für jede Übung das optimale Trainingsgewicht bestimmen. Nach Abschluss des Fitness-Checks definieren wir die Trainingspräferenzen eurer Mitglieder. Wir bestimmen zum Beispiel das Erfahrungslevel, die Anzahl der Trainingstrage per Woche, die Dauer einer Trainingseinheit, welche Muskelgruppen präferiert werden sollen oder welche Trainingsgeräte komplett aus dem Trainingsplan ausgeschlossen werden sollen. Übrigens können die Trainingspräferenzen nicht nur in der Trainer-App, sondern auch im Fitness-Hub direkt mit dem Mitglied bestimmt werden. Mit nur einem Klick wird der Trainingsplan generiert. Natürlich können eure Trainer diesen im Nachgang immer noch manuell anpassen. Einmal kontrolliert und abgeschickt erscheint dieser in der Studio-App eurer Mitglieder. Der mit Genius erstellte Trainingsplan berücksichtigt alle in eurem Studio verfügbaren Trainingsgeräte. Das Besondere dabei, Genius liefert nicht nur die passenden Trainingseinstellungen, sondern auch eine exakte Anleitung, wie eure Mitglieder das Gerät einstellen und die Übung ausführen können. Dadurch trainieren eure Mitglieder zielgerichtet und effektiv über die gesamte Studiefläche hinweg. Ob an Steckgewichten, im Freihantelbereich, den smarten Fitnessgeräten von eGym oder im gesamten Cardio-Bereich. Alle absolvierten Übungen werden in eurer Studio-App getrackt. Gleichzeitig ist der Trainingsverlauf für eure Trainer in eurer Trainer-App einsehbar. Nicht nur Trainer können mit Genius Trainingspläne erstellen, sondern auch Mitglieder selbst. Wie das genau funktioniert, zeige ich euch in dem nächsten Video.